Wenn du die Finger oben hast, weil wenn da abrutscht, sonst hast du die Bärbel in der anderen, die ist halt doch schon sehr spitz. Dann kommt Flut in den schönen Honig rein. Okay? Ja, das ist prima. Sieht immer alles viel einfacher aus, als wie es dann doch ist, ne? Reinigung sei. Wie viel Kilo Honig kriegt ihr ungefähr, Pi-Mal-Down pro Jahr bei euren Vierteln? Das ist sehr schwankend. Und in Bayern liegt der Durchschnitt zwischen 20 und 25 Kilo. Hofer Honig.